Ach Leute, zieht euch das mal rein. Was hier gelandet ist, ne neue Peach Nachricht. Ist fraglich, ob das in der Bistoase jetzt was mit dem Farbstirm zu tun hat. Ich denke aber eigentlich eher weniger daran. Ist die Frage, wo ist sie gelandet? Fünffacher abgenutzter Sprung. Cool. Findet man auch einen normalen Fünffachen. Können wir diese Peach Nachricht überhaupt schon mal erreichen? Oder ist die irgendwie gesperrt oder so? Weiß ich nicht. Weil das wäre dann ein bisschen fies. Kommt das nicht immer? Die ist ja voller Sand oder so. Ja ne, ist klar. Ach so, die liegt hier. Peach Post 4. Naja, 3 ist ja in den Bergen gelandet. Mario, ich wurde vom Schiff gebracht und einen langen Gang entlang geführt. Es kann keinen Zweifel geben. Ich befinde mich innerhalb von Pausens Festung. Doch ich verstehe nicht, wie das möglich ist oder wo sie sich befindet. Wir scheinen vom Nebel umgeben zu sein. Oder von Wolken? Doch sei unbesorgt, mir geht es gut. Diese Peach Minitur ist der beste Beweis dafür. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du mich retten wirst, Mario. Und nachher gibt es den kleinen Quickie bei uns zu Hause. Woah. 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 Ich sollte mir auch vielleicht mal eine bessere Videobeschreibung zulegen, hm? Na ja. Ich mache aber keinen Support für den Kauf von Spielen, also das möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Hm. Sind die jetzt schon alle da oder nicht? Weil die dämliche Rübe, die ist ja noch immer da. Sind das schon alle? Abzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah. Und wo ist der Letzte? Hm, was? Verschwinden wir. Wo könnte der Letzte sein? Eins weiß ich. Dort oben ist er schon mal nicht. Wo haben wir denn noch nicht alle Farbsterne? Hier haben wir alle. Da haben wir alle. Na ja, höchstens hier, aber... Warum sollte ich hier einer sein? Äh. Das wüsste ich jetzt selber gerne, aber... Hier sind noch Farbsterne offen. Wenn nicht, dann haben wir uns halt einen geholt. Ich weiß auf jeden Fall, wo noch ein weiterer ist, aber... hier kann man auf jeden Fall Stachikarten farmen, wenn man möchte. Aber leider keine Hammer-Upgrades. Aber Münzen auch relativ gut. So, der in einem Pisser da hinten, den ignoriere ich jetzt mal. Interessiert sowieso keinen, was der tut. Ich frage mich sowieso, wo der nächste größere Farbstern ist. Das wäre mal nicht schlecht zu wissen. Aha. Ich verbrauche eh nicht zu viel. Nicht muss ich halt einmal den Kampf hinlegen, aber... Widerstand ist zwecklos. Das haben die meisten Diktatoren gesagt und sind trotzdem verarscht worden. Da gibt es ein relativ gutes Beispiel. Widerstand hat immer einen Sinn. Auch in der Elektrik. Äh, 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 äh. Gott, wird ja billig. Äh, äh. So. Ups. Ah, das wollte ich jetzt nicht. So. Da oben steht der Penner. Erster Angriff gleich mal. Ja. Ja. Bam. Wie ich ihm einfach mal die Hälfte gleich abziehe. Na, warum nicht gleich eine starke Karte? Ja. Bam. Man kriegt doch jedes Mal Kohle, wenn man es perfekt hinkriegt. Das ist auch ziemlich nice eigentlich. Oh. Hammer Upgrade. Ja. Der maximale Falt. Ach du bist doch dumm wie ein Stück Brot. Ehh. Und selbst das ist schlau, weil da sind Morden drinnen nach einer Zeit. Und Schimmelpilze. Also gerade die haben einen höheren IQ als du, Mario. Jetzt bewegt er sich extra langsam, weil er nicht kapiert, dass ich da oben stehe. Lass das gut sein. Nein, natürlich nicht. Ja, das war natürlich das Dümmste, was hätte passieren können. Aber was soll's. Ach so. Warum muss ich gegen den Goomba kämpfen, bitte? Als ob. Ach so, weil das so ein Spitzschädel ist oder was? Ach egal. Ich mach ihn so. Fertig. Ich setz wieder in den Stach hier ein. Die kriegt man je zu Haufe. Als ob er das überlebt hat. Ich nehm diesen total verblödeten Hammer. Der sieht so nix anderem gut. Und gute Nachts. Du dämlicher Spike. Ja, die Spike-Card ist auch neu. Ich hoffe, ich krieg den zweiten Orangenen. Vielleicht eröffnet mir der neue Wege. Oh Gott, war das dumm. Mario, du übertreibst es mit dem Maß an Dummheit momentan extrem. Also bitte schalte einen Gang runter, ja? Reicht schon wieder. Ach Gott, das haben die richtig Zeitraubens gemacht, ey. Nein, das war viel zu weit. Ich hasse diese Tempel. Okay. Gehört, meinen Bruder. Ja, ich komm gleich. So, erst mal den Maxi-Pilz reindonnern. Bam. Okay. Gut, geht jeder. Ja, stell dich noch dümmer. Mann, Mario. Jetzt darf ich das Ganze nochmal laufen. Dein Ernst. Warum springst du so weh, leid ich weit? Und warum rennst du so dämlich? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Zuerst, ich spring keine zwei Zentimeter weit. Jetzt, Mondschamp, Alter. Er kann's einfach nicht lassen. Oh mein Gott. Dieses Level kann's so aufregen. Ach, muss ich dir dann drei Farbsterne geben? Alter. Dir kein Leben oder was? Alter. Vor allem, wie sollst du dich so lange konzentrieren können? So, der kann sich mal Gute Nacht sagen. Okay, mir ganz egal. Ein Standardsprung würde ja für die wohl reichen, oder? Bum. So, womit wir jetzt schon mal wie etwas weiter wären. Los. Bring mich da drüber, komm. Dämlicher Stachy. Komm, mach Meter. So. So, wenn ich da jetzt noch mal runterfahre. Passiert dann genau das gleiche nochmal, oder? Ja, das ist das gleiche nochmal. Ja, komm Mario. Jahre betäubt sein kannst du jetzt nicht. Das geht halt nicht. Wie sollst du dann an den unteren bitte herankommen? Alter. Alter. Du dämlicher Sauidiot. Wie dumm kann man sein? Okay, nee, ich bin tot. Ja. Ich will zurück zur Weltkarte. Aus. Okay, ich zitiere. Man kommt an diesen Stern definitiv nicht ran. Das geht aus dem momentanen Stand heraus nicht. Ich will nicht. Die Azurbucht. Ja, die dämliche Arena. Das haben wir ja auch schon. Gehen wir kurz mal nach Poprisma. Okay, gut. Ich soll mit den Toads in der Stadt reden. Okay. Wir müssten den letzten gelben Retter tot finden. Okay, gut. Wo war denn noch jemand, der Hilfe bräuchte? Obwohl, ich werde mir mal wieder ein Dings abholen. Wie hochnäsig der Toad reinschaut. Ich will mal wieder so eine Eispicke haben. Die war relativ gut und so ein Eispickel oder wie das Teil heißt. Außerdem füllst du die ganze Farbe auf. Okay. Bringt gar nichts. Wo ist der letzte gelbe Retter tot? Dieses dämliche Fossil. Wir rennt die Zeit davon. Ich schau mal, ob ich ihn auf der Weltkarte irgendwo finde. Ich habe irgendwie keine Ideen. Nö, da auch nicht. Ein Kupfer-Canyon vielleicht. Es ist das letzte, was mir noch einfallen würde. Ganz ehrlich. Boah, diese geile... Ich weiß gar nicht, was sie den ganzen Tag lang tun sollen. Jetzt da die Ausgrammung beendet ist. Vielleicht buddeln ich ja mal etwas in meinem Innenhinterhof. Ich suche eigentlich nur einen Retter tot. Also lasst es euch von mir nicht stören. Vor allem die Lösungen, die ich erkenne. Von Edzweigensplayern. Die er das Spiel... Äh... Ja, ebenfalls... Hau ab! Gegen die lohnt es sich nicht zu kämpfen. Viel zu wenig Erfahrung. Und viel zu wenig Punkte. Ist die Frage, ist hier überhaupt irgendwas? Weil laut Angaben gibt es hier nämlich nur einen Farbstern. Ne, der ist ja nicht. Der ist wenn dann in diesem Scheiß-Tempel drinnen. Aber da ist der nirgends. Ich kann einmal offscreen irgendwo hinschauen. Ob ich ihn vielleicht finde oder so. Aber momentan, du... ...wüsste ich nicht, wo ich den suchen könnte. Ne, Leute. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt nur mehr nach Port Prisma und will speichern. Ich weiß zwar, dass es da noch in diesem Tempel die zwei Sterne gibt. Aber wie du die erreichen sollst, keine Ahnung. Also... ...mensch. ...mensch. Das ist mir auch in diesem Tempel der Studeln. Ich habe mir auch in diesem Tempel die zwei Menschen gemacht. Okay, irgendwas zu melden. Falls nicht, schaue ich halt nach, wo der Retter tot wäre. 200 Exzellenten, naja, da haben wir schon was. Alles ausschneiden. Das haben wir fast. Nur mehr 700 Münzen, naja, die ist bald gehiest. Kaufe 200, okay, da sind wir auch bald. Mehr 19. Jedem Level, alle farblosen... Boah, das wird die schwierigste Mission. Alle 8 Schnuppmeister. Wo könnte der letzte gelbe Retter tot sein? Aha. Okay, das ziehe ich mir aber jetzt nochmal rein, Leute. Tut mir leid, der kurze Schnitt. Äh, angeblich weiß der gelbe, wo der sich befindet. Ähm, weiß der Typ, wo sich die Neuigkeiten von der Neidersatz. Jetzt noch ein vermisster Retter tot in folgen. Sie befinden sich in bisher unerkannten Orten. Einem. Nein. Ich muss tatsächlich diesen Stern aus diesem... Ach, komm schon. Das kannst du mir noch nicht antun. Ja, Leute, dann schneide ich euch das, ähm... Sicher am nächsten Tag rein, wo das ist, aber... Halleluja. Ja, morgen am BE-Nationalfeiertag. Da wird sich das eh schön ausgehen. Ich speichere jetzt und beende den Part, Leute. Das war's. Bis dann, Leute. ... Musik 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 Vielen Dank.